Dazu auf der Innenbahn, Max Dietermeyer, der sich heute auch schon brillant gezeigt hat und Vitali Kommissier mit Schopff, der aus dem Bahn. Und der Frenkie schiebt da an, er schiebt an, kommt aber nicht als erster aus der Kurve, als er Obergrader, Vitali Kommissier und auch nicht, was er dann zaubert, nachher. So, auf geht's vorne, auf geht's, Frenkie! Frenkie zog, auf geht's nach Vitali Kommissierwitsch, die Weltmeister von 2003, der hat aber noch nicht aufgegeben, der weiß genau, da könnte noch was gehen, aus dem Runde, Vitali, hinter der Frenkie. Und jetzt bin ich gespannt, wer macht einen Fehler, oder macht keiner einen Fehler? Und ich weiß genau, was ich mit Frenkie und auch Hitler mit, aber ihr könnt den Sieg ins Zindring, Vitali Kommissierwitsch von einem großartigen...